Die Prühgruppe bildet den Kern der Kaffeeosole und Perfect Milk. Sie lässt sich ganz einfach entnehmen und reinigen. Dazu öffnet ihr die seitliche Abdeckung, löst die Arretierung und zieht die Prühgruppe am Griff aus dem Gerät heraus. Anschließend könnt ihr die Prühgruppe unter fließendem Wasser von allen Seiten abspülen und abtropfen lassen. Der Innenraum der Maschine kann mit einem weichen, trockenen Tuch gesäubert werden. Nach der Reinigung setzt ihr die Prühgruppe wieder ein und schließt die Abdeckung, bis sie einrastet. Das sichert euch auf Dauer eine einwandfrei hygienische Brüheinheit, gleichbleibend hohe Kaffeequalität und eine lange Lebensdauer der Maschine. Viel Spaß mit der Kaffeeosole und Perfect Milk. Eure Stefanie vom Milita-Team. Eure Stefanie vom Milita-Team. Vielen Dank.